Heutzutage realisiert Software den überwiegenden Teil dessen, was unsere Produkte und Systeme können und was sie auszeichnet. Bewirb dich bei uns als Softwareentwickler, arbeite mit modernsten Technologien, auf hohem Niveau und stets innovativ. Um die zunehmende Komplexität der PV- und Batteriewechselrichter zu beherrschen, setzen wir auf die modellbasierte Entwicklung. Entfalte dich kreativ und entwerfe neue Konzepte im Dialog mit deinem Projektteam. Durch Simulation kannst du bereits am Arbeitsplatz frühzeitig deine Konzepte überprüfen und optimieren. Sei anschließend dabei, wenn im Prüfbereich die Firmware zum ersten Mal auf der realen Hardware in Betrieb genommen wird. Das ist immer ein sehr spannender Moment für das gesamte Team. Später werden im Feldtest die Wechselrichter in realen Anlagen ausgiebig erprobt. Hier zeigt sich, ob deine Konzepte in allen Situationen aufgehen und das Gerät die Serienreife erreicht hat. Megawatt-PV-Kraftwerke sind ein wichtiger Baustein der Energieversorgung von morgen und müssen zuverlässig am Stromversorgungsnetz arbeiten. Unterstütze und schule die Servicetechniker bei der Inbetriebnahme neuer Systeme. Erlebe live, wenn ein PV-Kraftwerk erstmalig ans Netz geht. Im Bereich der Systemtechnik verändern sich die Anforderungen an unserer IoT-Plattform NXOS kontinuierlich und sind teilweise sehr kurzlebig. Um dieser Dynamik Schritt zu halten, setzen wir auf Standardtechnologien, folgen den Trends, verwenden Open Source und nutzen zeitgemäße Arbeitsmethoden. Ein offener, kollegialer und kooperativer Umgang unabhängig von Hierarchien ist uns wichtig. Jede Meinung zählt. Die Systeme sind das Ergebnis unserer Teamarbeit. Unsere Arbeitsplätze bieten die Atmosphäre für eine kooperative Zusammenarbeit. Sei wichtiger Bestandteil eines Teams. Lerne von deinen Kollegen, bringe dich ein und wachse mit uns. Wir bieten und fördern den Raum für Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme durch die Teams. Wir praktizieren und leben eine agile Softwareentwicklung. Unsere Scrum Master unterstützen die Teams bei der Zusammenarbeit im Projekt und beseitigen Störungen. Im täglichen Stand-Up-Meeting besprichst du mit deinem Team den Stand der Arbeitspakete und ihr plant gemeinsam einen erfolgreichen Tag. Technische Assistenten unterstützen dein Team durch entwicklungsbegleitende Tests der Geräte und Systeme. Das schafft kurze Feedbackschleifen für deine Arbeitsergebnisse. Die Zusammenarbeit im Labor schlägt die Brücke von der Software zur Hardware und von der Theorie in die Praxis. Das gibt dir schon früh ein greifbares Ergebnis. Sei mittendrin, wenn die Energie sich verändert und werde Teil eines starken Teams. Willkommen bei SMA.